Ernsthaft? Bethesda! Sonst versteckt ihr doch immer solches... Sturmatronnache! Von oben hat das irgendwie wie was anderes ausgesehen! Und definierbares Zeug! Nora! Ich hab dich gehört, wenn sie sich seine komische Waffe auf mich einprügeln lassen! Möchtest du nicht herkommen und mir in den Arsch treten? Ups! Ich muss eigentlich nur meinen Ball auspacken, aber hey! Die Magie widerstanden! Du darfst nicht widerstehen! Ich bin unwiderstehlich! Lecker! Jetzt friss! Wumpfen! Irgendwie so ein Anti-No-Namer! Ja, du bist ein großer Arn-Geist! Was ist der Unterschied zwischen großen Arn-Geist und normalen Arn-Geist da? Hey Na! Großen gibt es nur hier im Tribunal! Ah, die Großen können selbst mit Magie nicht getroffen werden! Trüllkeule! Spinnst wohl! Lecker Herz! Hab ich noch hier mit 20? Platz hier aber! Ich weiß, ich schleppe schon wieder unnützes Zeug mit mir herum! Das war das Einzige, was ich kann! Und unnötiges Zeug sammeln im Videospiel! Was soll die Treppe? Hallo! Nicht einfach aufhören! Weiter hochgehen! Ach! So ist das also! Die wollten, dass ich da runterfalle! Nur weil ich gesagt habe, ich bin lecker! Ich wollte mich ins Feuer schubsen! Ja, wenn ich hier oben stehe, wird dann hinter mir so ein Ding getriggert! Und, ne? Fremora kommt dann besprochen und schubst mich runter! Dann falle ich ins Feuer rein! Und... Bäh! Gut, dass ich Dunkel-Elfe bin! Von welcher Seite komme ich jetzt rein? Von der, okay! Ich bin verwirrt! Das ist ja eh nichts Neues! Herzen! Hier würde Zimti sich wohlfühlen! Silica des göttlichen Flüsterns! War ich da ein... Oh, ne Heilige! Das ist ja schon eigentlich verlockend, aber ich habe nur einen mit! Den brauche ich für was anderes! Jetzt kommst du, ich habe keine Seelenfalle! Doch habe ich! Ich habe 500 Mal nachgeguckt, ob ich Seelenfalle wirklich habe! Wehrschatten! Ich bin aber deine Seele! Wenn du zu mir gekommen bist! Bist du jetzt im Richtigen gelandet? Brav! Brav! Der Stern gehört jemand andern! Wenn ich einfach Sachen mitnehme! Oh, das war so schwer! Egal, gehe ich offscreen irgendwann in 10.000 Jahren noch mal hier rein! So ein bis 7! Wo ist jetzt der Fleder? Alles okay? Jetzt alles okay? Alles okay? Jetzt alles okay? Da bist du, du oller Sack! Hilfe! Zwillinge! Nee, du bist der Name-Ding! Ah, drei Stück! Ich glaube, es hackt! Warte, warte! Komm, komm, komm! Wir holen noch einen vierten dazu! Bis Willen! Mein Husten! Mein Husten! Hast du mein Husten? Ist ein Tremora? Mein... Unsinn, äh... Im Oblivion-Sharing-Iles-MP haben wir ja schon festgestellt, dass mein Schluck auf der Segen-Shirogorats ist! Na, er erinnert sich noch an die Stelle! Hi, du dabei! Husten! Ja, los! Husten! I-M-M-m-m-m! Es blöde! Auf jeden Fall! Hat er nicht... noch einer? Das Rumora Fürst. Welch fürstlich ist ein... Kaschtidru. Und Pyro-Öl-Tea. Wie schön. Das ist jetzt mein Thron. Genießen wir die Aussicht. Und trinken einen Schluck. Der Jammergraben. Geh jetzt mal in dieses Flüster-Kabinett. Hallöchen! Eisfeuer und Sturmatrodach. Wird mir jetzt wieder so ein Rätsel aufgetischt. Stürzt die Leiche des Flammatrodach? Was kriege ich? Sturmatrodach. Sturmatrodach und Eisatrodach geben wir was. Nur der Flammatrodach ist zu geizig. Ja, kann man das wüsstern. Jetzt weiß ich auch wieso. Bei Sheogorath! Ich habe gerade noch über dich gesprochen, Alter. Was hast du mir da aufgetischt mit deinem komischen Segen? Was ist denn jetzt? Wir haben noch Rassura. Aju, Aleinchen. Du. 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 Mit Blümchen im Haar. Brümchen. Was? Nichts hinter dem Wasserfall? Es ist doch immer etwas hinter irgendwelchen Wasserfällen. Immer! Sechs erinnere ich mich. Brüht hier! Folge hundert vom Shockland. Ich tauche zu deinem Freien hinunter. Was passiert? Guck mal, ein Dreck! Wo ist mir Ruhmstargon, ne? Mit dir hab ich auch noch Lünien zu rupfen. Jetzt nicht mich, sondern... Na gut, dann hab ich eben gar Lünien mit dir zu rupfen. Olaqbal! Ich durfte dich ja zweimal besuchen, ne? Einmal Schreienquests und einmal Vampir-Dings. Olaqbal, irgendwie fehlt hier noch jemand. Oder andere Leute. Oder? Ne, Malakart war das mit den Orks, ne? War Malakart die Schreienquests mit dem Helm? Oder was anders. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich darf nicht schlecht über Mephala reden. Ich darf nicht schlecht über Ruhmstargon reden. Lustig wäre, wenn man hier drin was verstecken würde. Ah ja. Wenn ich schon gerade gejammert habe, in den dort passenden Dungeon. Hier war das. Ja, hier war das. Der Jammergraben. Für Leute, die nicht gegen den Tremora-Fürst kämpfen wollen, können. Die werden dann hier reingeworfen. Gibt es sogar was hier oben? Die lag irgendwo noch. Oder war das weiter unten? Das ist die Geschicklichkeit. Großer Seelenstein mit Eis-Atom nach. Wie war das? Letrische Schulterplatte. Ich kann ihn nicht mehr tragen. Will ich eh nicht haben. Giftresistent. Demo widerstehen. Das ist das Wert 133. Naja, ich muss hin. Ach, nur fast. Roll des Schwarzsturms. Ja, ich habe nicht was anderes gelesen mit Schweif. Und sind hier oben nur Pilze? Ja, ich habe nicht was. Der schwarze Pfeil. Unglisch. Ich fand es. Ich trage mich. Vielen Dank.